Im letzten Video haben wir uns den Spannungsteiler mal angeguckt und haben den mal in Kalk simuliert. Was wir da gemacht haben, ist verschiedene Arten von Diagrammen eingefügt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir noch wissen, wie das geht. Wenn nicht, müssen wir heute das letzte Video noch mal gucken. Dazu hatten wir einen Eingabebereich definiert, das heißt Konstanten festgelegt. In dem Falle waren das die Widerstände für R1 und R2 und sind dann hingegangen, haben verschiedene Größen variiert. In dem Falle war das jetzt hier mal UE, also wir haben an UE gedreht und haben geguckt, was rauskommt. Soweit so gut. Das Ganze erweitern wir jetzt. Und zwar bauen wir jetzt noch zusätzlich an den Spannungsteilern einen Verstärker dran. Jetzt muss man natürlich eine ungefähre Idee haben, wie ein Verstärker elektrotechnisch funktioniert und das erkläre ich noch mal ganz kurz. Also wenn man das jetzt gar nicht weiß, hilft einem das Video auch nicht. Der funktioniert jetzt erstmal so, dass er eine Spannung, die an seinem Eingang ist, hoch verstärkt, das heißt mit einer konstanten Zahl multipliziert. Diese konstante Zahl heißt V. Das ist der Verstärkungsfaktor. Das heißt, wenn ich hier 1 Volt anlege, multipliziert er 1 Volt mit 10 und es kommen 10 Volt hinten raus. Wenn ich hier vorne minus 1 Volt liegen habe, dann kommen hinten minus 10 Volt raus. Das ist aber noch nicht alles, sondern ein Verstärker hat Betriebsspannungen. Die heißen UB plus und UB minus. In dem Fall sind die jetzt hier mal auf 20 und minus 20 gesetzt. Und immer dann, wenn der Verstärker am Ausgang etwas liefern soll, was größer wird als 20 oder kleiner wird als minus 20, dann hängt er sich gewissermaßen auf. Das heißt, er kommt nicht aus diesen Grenzen raus. Das heißt, das Maximum, was er am Ausgang liefern kann. Egal, was man von ihm verlangt, ist 20 Volt. Das kleinste, was er liefern kann, ist minus 20 Volt. Wenn man das Ganze mal grafisch darstellen möchte, nutzt man dafür wieder so Kennlinien. Und die Kennlinien von so einem Verstärker jetzt mit etwas anderen Werten sieht dann so aus. Wir haben einen Bereich, also hier jetzt nochmal als Beispiel, wir haben Betriebsspannungen von plus minus 15 Volt, einen Verstärkungsfaktor von 10. Und hier passiert folgendes. In diesem Bereich hier arbeitet er wirklich als Verstärker. Man sieht, 1 Volt rein, führt zu 10 Volt raus. Minus 1 Volt rein, führt zu minus 10 Volt raus, also Verstärkungsfaktor von 10. Das geht auch gut, bis minus 1,5 Volt, dann kommen minus 15 Volt raus und 1,5 Volt, dann kommen 15 Volt raus. Aber danach kann er, weil er eben hier diese beschränkten Betriebsspannungen hat, nicht weiter verstärken. Das heißt, bei 2 Volt würde er eigentlich gerne 20 Volt hinten ausspucken, kann aber nicht, weil die Betriebsspannung sagt, bei 15 ist Schluss. Das heißt, eine Kennlinie sieht so aus von so einem Verstärker. In der Realität sieht es noch ein bisschen anders aus. Da erreiche ich die 15 Volt nicht ganz. Zum einen, zum zweiten wird das hier rund. Das wird nicht so ideal eckig sein. Aber für die Simulation hier in Kalk reicht das erstmal aus. Das Ganze, was wir jetzt gebaut haben, ist in der Mathematik eine sogenannte stückweise definierte Funktion. Stückweise deshalb, weil diese Kennlinie als Linie eben aus drei Teilen besteht. Nämlich aus einem waagerechten Teil bei minus 15 Volt, einem ebenfalls waagerechten Teil bei 15 Volt und bei so einem schrägen Teil irgendwo in der Mitte. Das heißt, aus drei Stücken besteht diese Funktion. Und wenn man sich das jetzt mal mathematisch hinschreibt oder eine mathematische Notation dafür haben will, sieht das Ganze so aus. Ja, das ist eine sogenannte stückweise definierte Funktion. Und ich lese die mal vor, dass man mal eine Idee hat, was hier steht. Und zwar, die Ausgangsspannung hängt von der Eingangsspannung ab. Das ist sozusagen das f von x. Und zwar wie folgt. Für den Fall, dass jetzt steht hier ue mal v kleiner als ue minus ist. Und was hier gemacht wird, ist, hier werden Bedingungen überprüft. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann mach bitte das. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann mach bitte das. Und andernfalls mach bitte folgendes. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Bedingungen an. Nämlich hier steht, wenn ue mal v kleiner ist als ue minus. ue mal v ist quasi diese Gerade hier. Und für den Fall, dass diese Gerade hier zu einem Wert führt, der kleiner ist als ue minus, das heißt für den Fall, dass diese Gerade hier zu einem Wert führt, der irgendwo hier unten liegt, dann nimm bitte nicht den Wert der Geraden an, sondern dann nimm bitte einen konstanten Wert ue minus. Das ist der linke Teil. Der rechte Teil sieht ähnlich aus. Nämlich wenn diese Gerade hier zu einem Wert führt, der größer ist als ue plus, das heißt irgendwo hier oben liegt, dann nimm nicht diesen Wert, sondern dann nimm ue plus als Konstante. Das sind diese beiden kleinen waagerechten Stückchen. So werden sie mathematisch sauber definiert. Und immer dann, wenn das hier nicht erfüllt ist, also ich liege weder hier links noch, dass ich irgendwo hier rechts liege, dann mach bitte was anderes. Dann mach nämlich ue mal v. ue mal v ist das, was der Verstärker eigentlich tun würde und das ist genau diese Gerade hier. So muss man das lesen. Das heißt, man liest die Funktion so, dass man oben reinspringt und mal guckt, ist das hier erfüllt? Wenn ja, tue ich das. Ist das hier erfüllt? Wenn ja, tue ich das. Und wenn das auch nicht erfüllt ist, dann mache ich halt eben das, was in der letzten Zeile steht. Da gibt es dieses schöne Sonst für. Für die Mathematiker unter euch oder auch die Ingenieure, hier steht üblicherweise Fals. Das ist richtig, ja. Warum habe ich das gemacht? Mit einem Wenn trotzdem, obwohl man das eigentlich nicht tut. Hier steht halt üblicherweise Fals. Es gibt nämlich die Wenn-Funktion in Calc. Die gibt es auch in allen anderen Programmiersprachen. Da heißt sie meistens If oder If-Else. Hier heißt sie Wenn und die tut genau das. Und die gucken wir uns jetzt mal näher an. Was wir machen wollen, ist jetzt also so ein Diagramm hier bauen mit diesen stückweise definierten Funktionen. Und was wir immer machen müssen, um ein Diagramm zu bauen, ist erstmal eine Wertetabelle. Und ich habe das jetzt mal so aufgezogen, dass ich hier die Widerstände fixiere. Das heißt, die habe ich jetzt mal beide auf 10 Kilo umgesetzt. Ist aber letztlich auch variierbar gleich. Und jetzt drehe ich an dieser Spannungsquelle. Und zwar fange ich bei minus 5 Volt an und laufe hier in 0,5 Volt Schritten hoch. Wie man das macht, haben wir im Video vorher gemacht. Und das erste, was ich jetzt ausrechnen muss, ist, welche Spannung liegt denn am Eingang des Verstärkers. Die Spannung am Eingang des Verstärkers rechnet sich über eine Spannungsteilerformel aus, die so aussieht. Nämlich nehme ich den Wert von U0. Das ist der hier. Der soll auch, wenn ich gleich runter kopiere, durchlaufen. Deswegen kann ein Dollarzeichen. multipliziere mit R2. Das ist der hier. Der soll gleich nicht mit runter laufen. Deswegen stehen hier Dollarzeichen vor. Und teile das Ganze durch die Addition von beiden Widerständen. Also den einen plus den anderen. Und auch die sollen gleich nicht mit durchlaufen. Deswegen haben auch die Dollarzeichen bekommen. Das ist aber genau die Spannungsteilerformel vom letzten Video, also von oben. Man sieht, hier kommt irgendwas raus. Ist es plausibel? Ja, weil ich lege minus 5 Volt an den Spannungsteiler an. Ich habe ein 1 zu 1 Spannungsteiler, also kommt die Hälfte quasi über R2 raus. Ist plausibel. Scheint also richtig zu sein. Ziehe ich mal runter. Und man sieht, das ist hier völlig symmetrisch. Wenn ich 5 Volt anlege, kommt 2,5 Volt raus. Wenn ich minus 5 Volt anlege, kommt minus 2,5 Volt raus. Soweit richtig. Die nächste Spalte ist jetzt nur eine Hilfsgröße. Die will ich auch gleich nicht weiter benutzen. Aber die nächste Spalte hier, UE mal V, ist genau das, was hier gleich in den Bedingungen drin steht. Das heißt, um gleich zu überprüfen, ob das alles richtig funktioniert, müssen wir quasi mal manuell die Bedingungen prüfen. Und deswegen mache ich diese Hilfsspalte rein. Die hat eigentlich keine bewandt. Ich werde sie gleich auch nicht nutzen, nur zum Kontrollieren. Die werde ich aber nicht zum Rechnen nutzen. Was steht hier drin? Hier steht drin, nehme UE, das ist der hier, und multipliziere mit dem Verstärkungsfaktor V. Das ist der, wobei der Verstärkungsfaktor, wenn ich gleich runterkopiere, fixiert werden soll. Also B77 mal Dollar F Dollar 73. So, nehme ich, ziehe ich runter und sehe jetzt eigentlich das, was der Verstärker liefern müsste. Das heißt, wenn ich minus 2,5 Volt anlege und mit 10 multipliziere, kommt minus 25 Volt raus. Ist soweit auch alles plausibel und richtig. Wenn ich nichts anlege, also 0 Volt, dann kommen auch 0 Volt raus. Was ich jetzt aber sehe, ist, minus 25 Volt ist kleiner als minus 20 Volt. Also das könnte der Verstärker in der Praxis jetzt eben nicht mehr liefern. Und jetzt müssen wir es ihm eben in dieser Spalte beibringen, dass er, ja, wenn die Eingangsspannung zu klein wird, er eben sich am Ausgang aufhängt auf minus 20 Volt. Dazu benutzen wir die Wenn-Funktion. Und zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, wissen wir von der Wenn-Funktion alle herzlich wenig. Und weil wir davon herzlich wenig wissen, gucken wir uns jetzt erstmal die Kurzbeschreibung davon an. Wann immer man keine Ahnung von einer Funktion hat, bietet es sich an, hier einmal in den Funktionsassistenten zu gehen. Wenn man hier oben draufklickt, dann kommt man hier in so eine Suchfunktion rein und hier kann man sich alle Funktionen angucken, die Kalk standardmäßig definiert hat. Unter anderem auch eben das Wenn. Wenn wir hier mal suchen, dann finden wir hier alle Funktionen, in denen das Wort Wenn irgendwie auftaucht. Unter anderem auch die, die wir wirklich haben wollen. Und was wir dann immer angeboten kriegen, ist hier so eine Kurzbeschreibung. Ich gebe zu, selbst die Kurzbeschreibungen helfen nicht immer weiter, wenn man nicht eine sehr gute Idee hat, was man eigentlich hier tun möchte. Deswegen erkläre ich mal kurz, wie die Funktion funktioniert. Wir tippen Wenn ein, also rufen die Funktionen auf und übergeben hier drei Argumente. Man sieht das, dass sie durch so ein Semikolon getrennt werden. Das heißt, drei Eingangswerte für die Funktion. Der erste heißt Prüfung. Prüfung ist in unserem Falle das hier, was hier oben passiert. Das heißt, wir überprüfen erstmal, ob ue mal v kleiner als ub- ist. Das hier müssen wir gleich in den Bereich Prüfung reinschreiben. Wenn die Prüfung denn dann erfolgreich ist, dann kommt hier der dann-Wert. Also falls Prüfung war, dann mache bitte folgendes. Das heißt, in unserem Falle muss hier gleich ub- rein programmiert werden. Also der dann-Wert. Der dann-Wert kann aber auch wieder eine Funktion sein oder ein Zellverweis. Also es muss jetzt keine statische Zahl sein. Und dann, wenn die Prüfung nicht erfüllt ist, dann müssen wir nur noch sagen, was er im Falle von nicht erfüllt tun soll. Gucken wir uns jetzt an. Also gehen wir hin, schreiben ein Wenn und jetzt erstmal die Prüfbedingung. Die Prüfbedingung ist, wenn ue, das ist das hier, mal v kleiner ist als ub-. Und jetzt wieder beachten, wir wollen gleich runterziehen. Den Wert wollen wir fixieren und diesen Wert wollen wir fixieren. Der soll durchlaufen. Für den Fall, dass das so ist, gehen wir hin und sagen ihm, was er tun soll. Nämlich dann ist er negativ übersteuert und er soll den Wert ub- annehmen. Also wenn ue mal v kleiner ist als ub-, dann mach ub-. Und für den Fall, dass das nicht erfüllt ist, wird das ein bisschen komplizierter. Und testweise schreibe ich hier einfach nochmal eine absurde Zahl hin, nur um zu gucken, ob es prinzipiell jetzt schon mal funktioniert. Und da sehen wir folgendes. ue mal v liefert minus 25. Minus 25 ist kleiner als 20. Das heißt, er soll minus 20 als Wert rausspucken. Das ist in Ordnung. Das Ganze können wir jetzt auch runterziehen. Dann sehen wir, minus 22 ist echt kleiner als minus 20. Damit liefert er minus 20 am Ausgang. Und jetzt kommt hier der nächste und der liefert schon was komisches. Minus 20 ist tatsächlich nicht echt kleiner als minus 20, sondern ist nur kleiner gleich. Dementsprechend ist das hier schon ein Fall, wo die Prüfbedingung nicht erfüllt ist. Die ganze Sache sähe anders aus, wenn wir hier nicht ein echt kleiner hinschreiben würden, sondern ein kleiner gleich. Das können wir ja auch mal machen. Wenn wir ein kleiner gleich hinschreiben, dann ist die Bedingung erfüllt und der Wert wandert auf minus 20. Wenn wir hier ein echt kleiner hinschreiben, dann nimmt er halt den anderen Wert. So, die Funktion funktioniert also schon mal. Zumindest in einem Teil. Was jetzt noch nicht funktioniert, ist, dass er diesen mittleren Teil hier vernünftig abdeckt. Also das heißt, das hier ist erledigt, das hier funktioniert noch nicht und das hier funktioniert auch noch nicht. Also machen wir jetzt folgendes. Wir springen jetzt in die nächste Zeile. Also wenn das hier nicht erfüllt ist, dann springen wir in die nächste Zeile. Das heißt, im nächsten Schritt programmieren wir die nächste Zeile. Und was wir jetzt machen, ist, wir schachteln Wenn-Funktionen. Das heißt, wir schreiben in eine Wenn-Funktion als alternativen Wert, falls die Prüfbedingung nicht erfüllt ist, wieder eine Wenn-Funktion rein. Also, wenn ich nicht in der ersten Zeile bin, dann springe ich in die zweite Zeile. Wenn du aber in die zweite Zeile gesprungen bist, musst du wieder eine Wenn-Funktion ausführen. Diese Wenn-Funktion überprüft wieder, ob UE mal V jetzt aber größer ist und zwar als UB+. Und wenn das erfüllt ist, dann mache bitte UB+. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann spring in Zeile 3 der Gleichung. Ich gehe nochmal hin. Also, wenn UE mal V größer ist als UB+, dann mache UB+. Und wenn auch diese Zeile nicht erfüllt ist, dann mach bitte das hier. Das heißt, dann mach bitte UE mal V. Wobei mal V wieder fixiert ist. Und das ist unsere gesamte Formel, die wir brauchen, was wir jetzt auch sehen, wenn wir es runter kopieren. Ich denke, an der Stelle darf man das Video ruhig kurz mal anhalten und das nochmal nachvollziehen. Aber was man jetzt hier sieht, ist, dass es einigermaßen funktioniert. Nein, nicht einigermaßen, es funktioniert hervorragend. Also, wir sehen, wenn diese Werte, also UE mal V kleiner ist als minus 20, kommt immer minus 20 raus. Wenn diese Werte größer sind als 20, kommt auch immer 20 raus. Und wenn wir dazwischen liegen irgendwo, dann kommt genau UE mal V raus. Dann sind die beiden Spalten gleich. Und diese Spalte habe ich jetzt programmiert, ohne die hier zu nutzen. Ich kann mir das natürlich als Hilfsgröße irgendwo definieren. Das ist in Ordnung, aber ich habe sie nicht benutzt. Das heißt, ich kann die hier auch schonungslos löschen, ohne dass irgendwas mit der Spalte passiert. So, jetzt will ich das Ganze vielleicht wieder als Diagramm einfügen. Also mache ich das mal. Ich markiere es mir, sage Einfügen, Diagramm, nehme wieder unser XY-Streu-Diagramm, Waffe der Wahl, klick mich hier durch, stelle jetzt mal nichts weiter ein, Titel und so interessiert mich jetzt alles nicht. Und das ist das Ergebnis, was wir haben. Wir sehen jetzt hier zwei Datenreihen, wie Kalk die nennt, beziehungsweise zwei Diagramme. Das ist einmal das Blaue. Blau ist UE mal V, also quasi wäre das der Verstärker denn nicht übersteuert. Aber der reale Verstärker wird jetzt eben irgendwann bei seiner Betriebsspannung in die Begrenzung gehen. Die liegt jetzt bei 20 Volt und minus 20 Volt. Und was ich noch sehe, wenn ich jetzt hier mal 15 nehme und vielleicht minus 15, dann sieht das doch ziemlich genauso aus wie hier oben. Damit kann ich stückweise Funktionen in Kalk definieren. Das Ganze war ein bisschen unschön, weil ich hier eine Wenn-Funktion in eine Wenn-Funktion schachteln muss. Das geht auch ohne. Es gibt auch eine Funktion, die wiederum mit gewissen anderen Abstrichen das Ganze ohne Schachtelung hinkriegt. Dazu im nächsten Video mehr.